Ein Jahr nach dem Eheaus mit Stefan Meross möchte Anna-Karina Wojciak in ihrer neuen Beziehung einiges anders machen. Anna-Karina Wojciak, das ist das Geheimrezept ihrer neuen Beziehung. Nachdem Anna-Karina Wojciak, 30, vergangenen November nach einer Zeit des Kriselns die Trennung von Stefan Meross, 47, bekannt gegeben hat, dauerte es nicht lange, bis sie wieder auf Wolke 7 schwebte. Mit ihrem neuen Freund Daniel, einem Manager aus Österreich, könnte die Schlagersängerin nicht glücklicher sein. Das Geheimrezept, das sei, dass Daniel sich gerne zurückhält und trotzdem immer für mich da ist, verriet sie kürzlich bei Brisant. Die Beziehung läuft so gut, dass die beiden schon Zukunftspläne schmieden, sogar von Kindern sprach die Blondine bereits. Damit die Beziehung allerdings so harmonisch und perfekt bleibt, wie sie derzeit ist, möchte Anna-Karina nun etwas vorsichtiger sein, als in ihrer letzten Beziehung. Anna-Karina Wojciaks, neuer Freund, sieht mich nicht als Anna-Karina Wojciak. Wir erinnern uns, ihre Liebe zu Stefan Meross zelebrierte Anna-Karina recht öffentlich, inklusive Verlobung und Hochzeit im TV. Das würde sie nun wohl nicht unbedingt nochmal so machen. Im Interview mit dem Sat. 1 Frühstücksfernsehen plauderte die 30-Jährige nun aus, dass sie mit ihrem Daniel einiges anders machen möchte. So möchte sie sich viel mehr Zeit für uns als Paar nehmen. Sie erklärte, Mein Partner hat einen Beruf, der sich nicht in der Öffentlichkeit abspielt. Er ist ein wahnsinnig bodenständiger, lieber Mensch, der mich nicht als Anna-Karina Wojciak sieht, sondern es gibt ganz viel Anna und Daniel Zeit. In der Beziehung mit Daniel möchte sie dieses Mal nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen, auf das ein oder andere Pärchen Foto müssen die Fans aber trotzdem nicht verzichten. Aber wenn mir danach ist, poste ich natürlich auch mal ein Foto. Aber eben alles reduziert, so die Sängerin.